Unser aller Leben ist wie eine Seifenblase in den Händen eines spielenden Kindes. So wunderschön, so einzigartig, unberechenbar und fragil. Doch wenn sie platzt und sich ihre Bestandteile wie ein Schleier auf dem Boden vor unseren Füßen legen, dann kann sie uns zu Fall bringen. Dann schlagen wir auf den kalten Grund unserer Existenz auf und bleiben liegen. Das Geräusch eines Bombas. Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Krieg beginnen würde. Ich mag es nicht, diesen Hass in mir zu haben. Realität? Angst? Verscheiden? Ein Krieg beginnt nicht mit rollenden Panzern im Vorgarten. Er beginnt nicht mit Raketeneinschlägen in Häuser. Er beginnt auch nicht mit Truppenbewegungen über die Grenze eines anderen Landes, dem gezielten Zerstören von ziviler Infrastruktur. Ein Krieg beginnt mit Lügen. Er beginnt mit Lügen. Säkat und Zerstören von Zerstören von Zerstören Vielen Dank.